Hallo zusammen, mein Name ist Daniel und ich geleite euch durch die nächsten acht Wochen Vorbereitung für euren Alpenkross. Wir haben bereits einige Alpenkrosse gemeistert, wir haben viele Teilnehmer gesehen und haben diese Erfahrung nun in einen Online-Kurs gebracht, damit du optimal vorbereitet bist. Wir wollen uns also anschauen, welches Fahrrad macht für welchen Alpenkross am meisten Sinn? Welche Kleidung soll ich vielleicht tragen, wenn ich in den Alpen unterwegs bin? Es erwarten dich möglicherweise wechselnde Witterungsbedingungen oder du bist, wenn du sehr weit oben unterwegs bist, auch im Schnee, selbst im Sommer. Wir wollen überlegen, welche Sachen sollte ich in meinen Rucksack packen? Wie groß sollte der Rucksack sein? Wie sitzt er optimal? Und was sind Sachen, die auf Tour unverzichtbar sind? Wir können uns natürlich auch mal darüber Gedanken machen, welche Reifen sind denn die richtigen für den Alpenkross? Brauche ich was leicht Rollendes, um gut die Berge hochzukommen? Oder lege ich eher Wert auf Pannensicherheit, sodass ich bei Grunta richtig schnell unterwegs sein kann? Beim Alpenkross kommt man möglicherweise an seine konditionellen Grenzen. Wir haben deswegen Experteninterviews, die dich darauf vorbereiten, wie du dich optimal ernährst während der Tour, aber auch in den Wochen davor. Wir wollen darüber sprechen, welche Riegel auf Tour die richtigen sind und was vielleicht auch in deine Trinkflasche oder eine Trinkblase an Ergänzungsmitteln rein sollte, damit du die Tour optimal meistern und genießen kannst. Gut, okay. Jetzt hast du einen kleinen Umriss, was dich in den nächsten Tagen und Wochen erwartet. Du wirst jetzt in unregelmäßigen Abständen, meistens zwischen drei bis fünf Tagen, E-Mails von uns bekommen, wo du Informationen bekommst für dein großes Abenteuer. Du kannst dir sicher sein, in den nächsten acht Wochen bekommst du eigentlich alle Informationen, die du brauchst, damit dein Alpenkross ein Riesenerlebnis wird. Also, wir wünschen dir jetzt viel Spaß bei der Vorbereitung von deinem Alpenkross. Der Alpenkross ist das große Abenteuer, was jeder Mountainbiker mal erlebt haben sollte. Wir hoffen, dass die Tipps und Tricks, die wir dir jetzt in den nächsten Wochen verraten, dir helfen, damit du deine Vorfreude steigern kannst, aber auch, damit du unterwegs sagst, genau das war das, was ich mir gewünscht hatte. Solltest du Fragen haben, schreib uns gerne jederzeit. Wir versuchen dir bestmöglich weiterzuhelfen, damit du dein Abenteuer im Sommer genießen kannst.